Kommt am 28.10. nach Neubrandenburg. Die Bildungspolitik ist am Ende. Alle klagen über Fachkräftemangel, jedoch versagt unsere Politik schon bei den Kleinsten und den Grundlagen. 2024 soll der Haushalt um 13% im Bereich Bildung, Forschung, Jugend und Familie gekürzt werden. Schulausfall, Lehrermangel, fehlende Betreuung für unsere Kinder sind schon jetzt an der Tagesordnung. Kinder in Not. Deshalb lasst uns jetzt handeln. Die Kinder sind unsere Zukunft. Keine Art Pause. Geschichte wird gemacht. Das geht voran. Untertitelung des ZDF, 2020